Jo Leute herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Hier sollst du auch mal weiter gehen. Was soll aber das? Naja, was solls. Läuft. Eigentlich waren wir hier runter gesprungen oder sollten da runter springen und dann ging es weiter nicht, ja? Hm, keine Ahnung was das sollte. Mona muss die Sirenen auch gehört haben. Sie war anscheinend nicht allzu glücklich darüber. Verdammt Max, ich habe dir gesagt keine Cops. Ich frage jetzt zu bezweifeln, dass das nur in der einen Küche ist. Aber jetzt ist das wohl doch. Klatsch. Hallo? Wenn das so ist, ist das erstmal so. Wie ist die Aufsicht, Mona? Zieh auf die Glasflasche. Das ging fix. Wie soll man das jetzt machen? Dann muss die halt mal in die Luft, in die Flucht schlauen, ja? Schlechte Nachrichten. Die erste Tür ist auch verschlossen. Schlimmer noch. Die Seltener sind froh mich zu sehen. Ich gehe zur zweiten Tür. Ich gebe dir Deckung. Ja, ich kann auch nichts weiter machen, ne? Und geht auf die Bude, oder wie? Verschlossen. Mir gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Ich brauche Feuerschutz. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. So, jetzt müssen wir wohl irgendwo anders hin. Wieder durch die Hütte laufen hier. Max Payne ist ziemlich am... Am Arsch würde ich behaupten. Und ich auch. Junge, Junge, Junge. Hier ist was los. Wo ist mein Skill hin hier? Aber wie funktioniert das von Windows 10 wohl nicht so gut mit den Grafikeinstellungen da? Von wegen avariabler Aktualisierungsrate und so bla und so fort. Mit diesem GPU-Scheduling. Deshalb zappelt es wohl. Mona, die haben hier alles getroffen bis auf mich. Naja, bleib ich halt beim... FTS-Limit. Ich bin bei dir, sobald ich die andere Seite des Hofes erreiche. So ganz unauffällig. Sehr witzig. Hörst du die Sirenen? Ich hoffe für dich, dass die nicht hierher kommen. Ich hab dann nochmal geschaut, meine Audio ein bisschen neu eingestellt. Hoffentlich passt das wenigstens in dieser Folge. Max Payne ist aber wie die letzte Zeit so ein bisschen... Gibt was schief. Es war immer mein Traum von einer gefährlichen Frau gerettet zu werden. Besser du träumst nicht, wenn ich die andere Seite des Hofes erreiche. Hehehehe. Okay. Tchoh. Gut, doch. Gar keiner hier? Mag ich gar nicht so wirklich glauben, ne? Weißt du, Mona, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, du hast mich vergessen. Was? Einen Hauptgewinn wie dich? Bleib wo du bist. Ich bin wie Versprochen auf der anderen Seite des Hofes. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und los geht's. Die Menge tobt. Oh. Mensch. Nöhö. Wo lande ich jetzt? hier nur wieder Molotov Cocktail ja ist ja auch ganz nett kann man ja eigentlich mal nutzen wenn ich wüsste wie weißt du Mona wenn ich es nicht besser wüsste das war blöd das war jetzt aber richtig blöd wo ist mein Skill hin das gibt es doch einfach nicht gucken wir vielleicht mit G weißt du Mona wenn ich es nicht besser wüsste würde ich glauben du hast mich vergessen auf die Plätze fertig los und los geht's die Menge tot ja komm raus ja super schnell speichern ah hör auf zu zappeln zu unter dir führt noch ein Tor aus dem Hof hinaus eine letzte Chance wir sehen uns auf der anderen Seite hör zu Mona die Geisterbahn du wolltest darüber reden was ist passiert ja und und was Max wiederhole es gibt Probleme verdammt noch mehr Söder Mona kannst du Max Max melde dich kannst du mich hören ja klasse ja klasse lass mich bloß in Ruhe Drecksäcke muss man in die Gegend erkunden hier gucken das ja niemand großartig ist das war nur ein Karton das war nur ein Karton das war nur ein Karton Junge 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 war ich ja nicht schon mal ich meine ja oder da kommt erst noch was mal sehen woher zum Teufel die kam wahrscheinlich aus der Tür hier noch so ein paar Nachzügler was zur helle okay welche Taste ist das die R Taste ist das nicht F alles klar ja schöne Verschwendung da fliegt er ja boah die ganzen Pankeller weg ich hatte so schön viele hör auf zu zappeln ey dämisch nur eins so und nun so ist das oh das gezapple geht mir auf Keks vermutlich ist es das wegen der variablen Bildrate muss ich ausprobieren das oder das GPU-Shit-Durling was ich besser wieder abschalte die Sirenen waren verknüpft Mona muss treiben irgendein Notfall an irgendeinem anderen Ort alle Pankeller weg das fetzt das fetzt aber richtig die Sirenen Da geht die Post ab. Was, wo, wer? Und sie fliegt und sie fliegt. Boah, das geht aber weit runter. Krass. Oh, Ragdoll-Effekt ist echt nice. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Okay. Oh, was hat's happened? Hey, yo, 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 yo. Ich versuche es nochmal so. Das kann nur einmal nicht wahr sein. Okay. Na, traut euch herzukommen. Okay. 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 Das haben wir nicht abgestürzt. Warum muss das so zappeln? Was gibt es denn nicht? Was? Uah. Hör auf zu zappeln! Das würde ja so schön laufen, wenn er nicht so zappeln würde dann, ne? Naja, die paar Minuten überstehen wir das jetzt auch noch. Das muss ich mal ergründen. Hör auf! Nein, nein! Oh, man gibt sogar nichts. Oh, gut. Das kann man so machen, ne? Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, MaxPaint 2. Macht's gut! Oh, man! Okay, hourligt. please novo schade an.